Ja, da tritt dir das Wasser in die Augen, Pakito. Was sagst du zu dem Super-Steak? Format Nilpferdchen-Arsch, da säuft man im eigenen Mundwasser, das hauen wir jetzt auf den Tell. Mal sehen, was sich dann tut. Wollen doch mal abwarten, ob sich nicht vielleicht irgendein unsichtbarer, gieriger Lümmel hermacht über diesen saftigen Happen. So, Pakito, jetzt wird sich der Käpt'n gemächlich in seine Koje zurückziehen und ein kleines Schwätzchen halten.